Dieser Film ist ein Experiment. Circa 100 Mitarbeiter von Leonard Weiss nahmen daran teil. Sie sollten offen und ehrlich auf Fragen antworten. Um etwas herauszufinden. Wer wir sind. Unter uns gibt es Männer und Frauen. Große und Kleine. Solche, die drinnen und solche, die vor allem draußen arbeiten. Aber was verbindet uns? Manche sind noch nicht sehr lange bei uns. Andere dagegen sehr lange. Ich glaube, schwarze Blut pulsiert hier. Würde ich ja so sagen. Ich bin jetzt 40 Jahre dabei. Und deswegen ist die Firma für mich eigentlich mein Leben. Manche von uns waren als Kind sehr schüchtern. Einige von uns sprechen heute gerne vor Menschen. Manch einer wurde aber auch schon mal ausgelacht. Und hat hier erlebt, was es heißt, gefördert zu werden. Ich bin auf jeden Fall gefördert worden. Ganz klar. Das Größte, was man einem Mitarbeiter geben kann, ist, dass er sich entwickeln kann. Viele von uns tanzen nicht so gerne. Andere schon. Zuzugeben, etwas nicht zu können, sehen wir als eine Stärke. Ich bin noch nicht erwachsen. Büroarbeiten, Papierkram, das lag mir gar nicht. Fußball spielen kann ich überhaupt nicht. Kochen? Kann ich gar nicht. Sex im Flugzeug? Hatte noch keiner von uns. Dafür gab es aber andere Highlights. Die Geburt von meiner Tochter vor anderthalb Jahren. Es ist das größte Highlight auf jeden Fall, Mama zu werden. Und vielleicht hat genau deshalb das Wort Familie eine solch große Bedeutung für uns. Leonhard Weiss ist ein Familienunternehmen. Ich strafe dich, wenn es Probleme gibt. Es ist jeder für jeden da. Es sind viele auch Freunde schon. Verlust gehört dazu. Dafür aber auch, Trost zu finden. Nicht zuletzt bei Kollegen. Den Zusammenhalt spürt man, wenn es mal nicht so läuft. Weil das kann einen ziemlich aus der Bahn werfen. Mittlerweile haben wir, ich und meine Kollegin, so ein Verhältnis, dass ich ihr quasi fast alles erzählen kann. Ja, war einfach da. Das kommt vom Herzen von uns. Ist es überraschend, wenn Kollegen dann auch zu Freunden werden? Wenn uns verbindet eine ganz bestimmte Freude. Wenn man irgendwo erst ein Loch hat, wo man reinguckt und dann wächst da so langsam was hoch und denkst dir ja. Wenn von der Kundschaft zurückkommt, wie toll die Truppe gearbeitet hat. Und hinterher ist es frisch, neu, funktioniert und du siehst, das was dazu notwendig war, haben wir gemacht. Wenn ich ins Büro gehe, da hat einfach jeder Freude und jeder ist glücklich. Ich finde Freude, wenn ich auf meinem Obendreher sitze und das Personal unter mir und ich kann fahren. Die Freiheit ist gestalten zu dürfen, das tun zu dürfen, das formen zu dürfen und das Ganze wachsen zu sehen. Es gibt nichts, was ich nicht gerne bauen würde. So sieht's aus. Das sind wir. Denn wir sind Leonard Weiß aus Freude am Bauen. vai%. Es gibt nichts, was ich gerne haben. Das darfst du für die Bitte. Lecker ist ja experimentieren grup auf Engkenswerter. Das darfst du nicht. Das darfst du wirklich noch pioneern? Du Bauen kannst. Mit so weit in der Welt noch. Da werden uns legen. Das geht Almost nails. Du bist. Der Wsehen. Untertitelung des ZDF, 2020